Herzlich Willkommen zu einem Kurier-Talk, heute mit Herrn Lars Müller-Marienburg. Herzlich Willkommen beim Kurier. Danke für die Einladung. Sie sind 2016 nach St. Pölken gekommen als neuer Superintendent. Und vor wenigen Tagen haben Sie bekannt gegeben, dass Sie sich zurückziehen aus persönlichen Gründen. Was sind diese persönlichen Gründe? Dass Sie eigentlich einen Job, den Sie mit so viel Elan begonnen haben, jetzt beenden. Ja, ich bin über die Zeit einfach in eine Situation hineingerutscht, würde ich sagen, wo immer mehr Arbeit gewesen ist, immer weniger Freizeit. Und auch so diese Elemente, wo mir mal etwas Spaß gemacht hat in der Arbeit, eigentlich immer weniger geworden sind. Und vor einem halben Jahr habe ich dann gemerkt, dass auch der Körper nicht mehr so ganz mitspielt. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und es war eben Burnout und eine depressive Episode, wie das heißt. Und jetzt war ich länger im Krankenstand und habe eben darüber nachgedacht, ob ich mein Leben so weitergestalten kann und ob es auch möglich ist, mit dieser großen Aufgabe eines Superintendenten, da gesund und fröhlich und mit Lebensqualität zu leben. Und habe dann eben die Entscheidung getroffen, das nicht weiterzumachen, weil ich eben nicht glaube, dass es möglich ist, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Es geht mir jetzt viel besser und vielleicht würde es in einem Jahr wieder gehen, aber das ist ja niemandem zumutbar, jetzt noch ein weiteres Jahr zu warten. Und da hätte ich nur eine Frage, weil es natürlich sehr viele solche Schicksale gibt, also Schicksale, solche Lebenswege gibt, wo man sagt, okay, aber dieses Eingeständnis, Burnout, das trifft uns Journalisten, trifft viele, die so im Rad, im Stress drinnen sind. Wie schafft man das? Naja, eben wie gesagt, ich bin dankbar, dass mein Körper mir zwar unsanfte Signale gegeben hat, aber nicht so beängstigende, die jetzt mein Leben da wirklich gefährdet hätten. Also ich habe, mein Krankenstand hat am Karfreitag begonnen, was ja ein ungewöhnlicher Zeitpunkt ist, weil uns der ja so wichtig ist. Aber ich bin da in der Osterwoche, bin ich wieder krank geworden, nachdem alle meine Gottesdienste eigentlich vorbereitet waren und ich nur noch hätte rausgehen müssen und die schönen Karfreitags- und Ostergottesdienste feiern. Das war mir zu Weihnachten auch schon passiert. Da habe ich mir gedacht, der Körper, der will mir da etwas mitteilen, dass es einfach nicht mehr geht und ich habe auch nicht mehr geschlafen. Und eben vieles hat dann eben auch keinen Spaß mehr gemacht und diese ständige Müdigkeit und so weiter. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass ich wahnsinnig ungeduldig werde und wollte einfach mit mir selber nicht so umgehen, dass ich von allem so wahnsinnig zornig werde. Und vor allem kann man das ja auch nicht machen, dass Leute dann anrufen, die überhaupt nichts dafür können und ich rege mich fürchterlich auf, obwohl sie ja nichts dafür können. Also das ist einfach auseinandergefallen. Der Anlass und die Reaktion, das hat nicht mehr zusammengepasst. Und Sie sind ja schon lange tätig in der evangelischen Kirche. Ist sie einfach herausfordernder geworden, das Ganze? Ist da der schwierige Umgang mit Gläubigen in der Corona-Zeit danach, die vielen Debatten und so weiter? Oder ist das einfach nur etwas Persönliches? Nein, ich denke, es hat sich schon auch etwas verändert, eben an meiner Tätigkeit. Ich war ja vorher in Pfarrgemeinden tätig und dort war es auch sehr anstrengend. Also da habe ich auch oft gedacht, wie schaffe ich das eigentlich? Aber da gab es oft dann auch Dinge, die mir einfach wirklich total Spaß gemacht haben. Also ich habe voll gern unterrichtet und war mit Jugendlichen, die eben sich auf die Konfirmation vorbereiten, gerne unterwegs. Und also egal, wie anstrengend es war, es gab dann immer so Elemente, wo ich gedacht habe, wow, cool, das hat sich jetzt echt gelohnt. Und bei meiner jetzigen Tätigkeit hat es halt sehr viel mit Gremiensitzungen und so weiter zu tun, wo ich so dieses unmittelbare Feedback nicht habe, dass das jetzt total bedeutungsvoll war, diese Sitzung, die wir da gemeinsam hatten. Ja, eben die Diözese in Niederösterreich, das ist nicht so ein, bedeutungsvoll ist es schon, oder? Ja, bedeutungsvoll ist es schon und ich sitze ja vor allem auch in gesamtkirchlichen Gremien drin und da diskutieren wir eben auch über viele Dinge und über ganz vieles, was eben unsere Gesamtkirche in Österreich betrifft. Aber eben natürlich ist es bedeutungsvoll, aber leider ist einfach meine Persönlichkeit offenbar so, dass ich auch ein direkteres Feedback von Menschen und dem Miteinander brauche, als dort in einem Apparat zu arbeiten. Und deshalb wünsche ich mir eben auch, dass jemand dann mir nachfolgt, der eben auch das gerne und gut macht und da auch Freude dran hat. Und das wäre ja dann für alle sehr gut. Nur, ich meine, ich hoffe, dass es nichts zu persönlich ist, aber verliert man da auch seinen Glauben, wenn sowas passiert? Oder zweifelt man an seinem Glauben und so weiter, oder wie? Weil ja gerade für Kirchenmänner ist das oft, da sagt man ja, okay, die haben den Glauben und das ist der Halt. Nein, also es war keine Glaubenskrise, da bin ich auch total froh. Ich bin voll überzeugt, dass Gott da ist und die Menschen und mich liebt. Ich musste natürlich meine eigene Berufung ein bisschen in Frage stellen. Also ob jetzt meine Berufung etwas mit einer Karriere zum Beispiel zu tun hat. Und ich habe das ja auch ausprobiert zwischenzeitlich. Ich bin weiterhin total gern in Gottesdiensten, predige gern, feiere mit den Leuten und so weiter. Und ich glaube, das ist weiterhin meine Berufung und ich möchte auch dann, nachdem ich jetzt nicht mehr Superintendent bin, noch den Status eines Pfarrers behalten. Also dass ich weiterhin Predigen und Sakramente feiern darf und so weiter, aber eben nicht mehr jetzt im Dienst eines Superintendenten. Wir haben in der Zeit als Superintendent das erlebt, evangelische Kirche und Niederösterreich. Wir waren eigentlich durch und durch eher ein katholisches Bundesland. Aber, glaube ich, ökumenisch nicht so schlecht aufgestellt. Ja, das Erstaunliche ist, dass die evangelische Kirche jetzt im offiziellen Niederösterreich sehr gesehen wird. Also ich glaube, das ist sowohl auf Landesebene so, dass dann eben Repräsentanten von uns eingeladen werden, als auch in den Gemeinden. Also ich glaube, die Pfarrerinnen und Pfarrer sind dort gut angesehen. Ich habe immer so gesagt, wir sind so ein bisschen die Repräsentanten der Vielfalt. Obwohl wir also nur die viertgrößte Religionsgemeinschaft sind in Österreich, werden wir immer dazu eingeladen, damit man irgendwie sieht, es ist eben nicht nur der katholische Vertreter da, sondern es gibt auch noch was anderes. Und aus Gründen, die ich nicht genau kenne, werden eben die Evangelischen dazu eingeladen und nicht etwa Muslime oder Orthodoxe. Gut, das ist eigentlich Tradition in Niederösterreich gewesen. Das war beim Vorgänger so. Genau. Ich war bei den Entweiland und das war immer. Genau, es ist Tradition so. Es entspricht nicht mehr ganz der Wirklichkeit. Und natürlich gehen wir gerne hin. Und weil wir ja auch eben wirklich für alle Menschen eigentlich da sein wollen, selbst wenn wir nur einen relativ kleinen Teil an Mitgliedern haben in der Gesamtgesellschaft. Aber ich habe Niederösterreich eben als sehr schönes und vielfältiges Land wahrgenommen, wo ich eben glaube, dass es auch die Stimme der Religion auch in einer gewissen Vielfalt eben braucht. Und deshalb bringen wir uns da gerne ein. Und das habe ich auch immer sehr gerne gemacht. Jetzt ist es so, wir haben geredet von der katholischen Kirche, die muss jedes Jahr ihre Zahlen zur Kenntnis nehmen. So und so viele Austritte, so und so viele Abmeldungen. Wie sieht es denn in der evangelischen Kirche aus? Es ist prozentuell fast noch ein bisschen dramatischer bei uns. Das hat auch damit zu tun, dass die Menschen schon seit der Reformationszeit keine so enge Kirchenbindung hatten. Unsere Überzeugung ist es, dass die Kirche an sich wichtig ist, aber nicht welche Art der Organisationsform. Also wir haben unseren Mitgliedern noch nie gesagt, dass man nur durch die evangelische Kirche in den Himmel kommen kann, sondern wer Christ ist, kann das auf verschiedene Weisen leben. Und ich glaube, wir haben einfach auch ein echtes Kommunikationsproblem, weil wir halt in der Öffentlichkeit doch nicht so gesehen werden. Und ich glaube, viele von unseren Mitgliedern, die eben nicht regelmäßig in die Kirche gehen, was ja die allermeisten sind, bekommen oft gar nicht so genau mit, was wir eigentlich denken und wofür wir stehen. Und dann bekommen sie einmal im Jahr die Kirchenbeitragsvorschreibung und denken sich, naja, also jetzt habe ich wieder ja nichts gehört, jetzt trete ich halt aus. Und das ist auch sehr bedauerlich und wirklich für alle von uns, die mit voller Kraft und teilweise ja über unsere Kräfte hinaus arbeiten, ist es natürlich jedes Jahr wirklich ein Tiefschlag, wenn so viele Leute austreten. Es ist ja grundsätzlich auch so, dass, wenn man den Vertrauensindex sich anschaut, jedes Monat, der herauskommt, die Institutionen, Kirche, Politik, Medien und so weiter, am hintersten, am Ende zu finden sind. Ich meine, es ist dieser Zweifel an den Institutionen, nicht mehr dieses Festhalten, diese Suche nach anderen halt. Wie haben Sie das erlebt? Ja, ich glaube, es gibt in Österreich schon einfach, hat es schon damit zu tun, dass es über sehr lange Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach eine sehr massive eine Religionsgemeinschaft gab, die das sehr stark geprägt hat. Und ich glaube, viele Menschen haben einfach keine so große Sehnsucht mehr danach, dass es eine so starke, sage ich mal, römisch-katholische Kirche gibt. Und gleichzeitig hat man nie irgendwelche Alternativen gesehen, wie denn Religion eine sonstige Rolle spielen kann. Und ich fürchte eben auch, dass die Meldungen, die oft über die römisch-katholische Kirche eben kommen, dass die zu einer Gesamtstimmung über Religion im Land beitragen, für die wir jetzt, glaube ich, oft gar nicht so viel können. Und ich muss auch sagen, dass, also wie oft über die römisch-katholische Kirche berichtet wird, dass es ja auch nicht gerecht, weil in der römisch-katholischen Kirche, besonders vor Ort in den Pfarrern, ja ganz wunderbare Dinge geschehen. Also dort sind engagierte Leute, dort sind engagierte Priester und Ehrenamtliche und alles, die tolle Arbeit leisten und Menschen begleiten und das Fantastische ist. Sie haben ja jetzt für sich einen Schlussdurch gezogen als Superintendent. Werden Sie weiter ein Kirchenmann in der evangelischen Kirche bleiben? Also ich werde jetzt aus dem Dienst eines Angestellten aus der Kirche ausscheiden. Ich würde eben gerne, wie ich schon gesagt habe, die Rechte aus der Ordination behalten, wie das bei uns heißt. Also dass ich weiterhin die Gottesdienste halten kann und Hochzeiten vornehmen und so weiter. Ich werde jetzt erst einmal eine Auszeit nehmen und reisen und dann werde ich sehen, wo das, was ich bisher an Erfahrung habe und was ich an Ausbildung habe, wo ich das einsetzen kann. Und dann dort in einem neuen Bereich mich einbringen und gerne und hoffentlich auch gut arbeiten. Wie hat das eigentlich Ihr Umfeld wahrgenommen? Also wie waren die Reaktionen, wenn sowas kommt? Ja, für meine Familie war es einerseits natürlich schockierend, weil es natürlich immer auch die Frage ist, wie ist es jetzt mit den Finanzen? Kommst du überhaupt durch und so weiter? Und gleichzeitig haben die ja auch gesehen, dass es mir nicht gut gegangen ist in letzter Zeit. Und jetzt auch meine engsten MitarbeiterInnen in Niederösterreich haben sich offensichtlich eine andere Entscheidung von mir gewünscht. Aber waren auch nicht so überrascht, weil sie eben auch gemerkt haben, ich werde ungeduldiger, ich werde unzufriedener. Und in Wahrheit wird ja auch dann meine Tätigkeit schlechter. Und deshalb haben sie es bedauert, aber haben es ja auch verstanden. Also wie Sie es schon angedeutet haben, und jetzt machen Sie eine große Reise, oder? Genau, das ist das Ziel. Ich werde jetzt meine Sachen zusammenpacken. Ich lebe ja in einer Dienstwohnung, die jetzt dann auch mit der Beendigung dieser Tätigkeit auch beendet ist. Ich werde meine Sachen einlagern und dann länger reisen, wie ich mir das immer schon mal gewünscht habe. Okay, dann wünsche ich alles Gute für den weiteren Lebensweg. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Und Ihnen danke fürs Zusehen.